Und damit ein herzliches Willkommen zum Gamer Simulator. Damit die Qualität auf meinen Kanal aussteigt, muss ich ja auch lernen, wie man es am besten macht. Und ich habe diesen äußerst attraktiven und äußerst qualitativ hochwertigen Simulator aus Steam gefunden. Und ich bin schon einfach gespannt, was dieses Meisterwerk an Spiel einfach so auf sich warten lässt. Man kann auf jeden Fall hier schon, oh, hier an der Seite kann man schon auf Russisch und Englisch einstellen. Wenn ihr seht, wo der Pfeil gerade ist. Und warte, ah, warte. Und hier etwas weiter links kann man auch Play, About und Quit. Aber wir wollen ja nicht quitten, wir stellen uns ja eine Herausforderung. Und dementsprechend werden wir das Spiel starten. Und ich weiß, ich weiß, ich werde damit wahrscheinlich in den Trends landen. Aber ich werde auf dem Boden bleiben. Ich verspreche es euch, weil wer so ein Spiel spielt, der muss schon ein bisschen Bodenständigkeit beweisen. Weil es ist halt nicht jedem gegeben, ob ich Hilfe brauche. Oh, ja, warte. Ich glaube, ja, weil, wie gesagt, wir wollen uns ja verbessern. Und da ist, glaube ich, jede Hilfe gut. Oh, 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 loading. Das ist schon mal, ah, genau, so sieht es bei mir zu Hause auch aus. Ich habe wieder mal umgestellt. Und, ah, oh, oh, kann man diese Tür auch öffnen? Hallo? Da war irgendwas. Press F2Play. Was soll ich spielen? Das da? Oh cool, warte. Kann ich hier durch? Nee. Äh. Was nu? Das passiert halt jedem Gamer, er kriegt halt so eine Art Schlaganfall, wenn er halt nicht vor der Konsole sitzen darf. Dementsprechend muss ich mich schnell beeilen und F zum Spielen drücken. Nee, es funktioniert nicht. Bin ich müde? Äh, ich mein, ich bin nicht müde, ich bin Gamer. Alter, wie schnell geht das Trinkfutter? Ja, das war's ja noch mit diesem Let's Play. Wir sind gestorben. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir versuchen es gleich nochmal. Was ist da passiert, Alter? Ganz ehrlich. Wir waren halt, wir haben halt vergessen, das neue Spiel zu starten. Ist klar, dass ein Spieler da stirbt. Es ist einfach normal. So. Haben wir hier eigentlich was zum Essen? Auch nicht. Freiheit. Das ist das sogenannte Real Life, glaube ich. Da müssen wir ja nicht hin. Was ist das da unten denn? Ja, okay. Dann werden wir mal gleich anfangen zu... Hier. Jetzt müssen wir aber erstmal eine Runde spielen. Damit beginnt das wirkliche Let's Play. Bin ich hier fast am Krippieren? Ich muss ja wirklich das Spiel starten. Ehrlich jetzt. So. Oh ja. Oh ja, komm. Ein Spiel im Spiel. Ein Spielzeption. Jump Space. Okay. So. Boah, Energy. Geil, ja. Hä, was? Oh, geil, geil. Oh, was ist das? Ich kann es gar nicht beschreiben, so geil ist das. Milo mit Air. Okay. Habe ich gemacht. Ich brauche Energy. Komm. Mehr Energy. Wenigstens. Oh, Burger. Geil. Dieses Effekt. Oh, geh weg. Ich komme hier nicht raus. Nein, nein, nein. Nein. Ich sehe nichts. Okay. Wo geht es lang? So. Hier ist Spring. Hier ist Laufen. Das finde ich super. So. 9 von 100. Das Spiel ist... Was ist das? Oh Gott. Nachladen. Perfekt. Das haben wir erledigt. Ich will eine Energy haben. Ich will noch eine Energy haben. Komm. Ja, komm, 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 komm. Ich muss das bein. Oh. Das ist eigentlich wahre. Oder ist das ein Kaffee? Egal. Energy Burger. Davon überlieben, Gamer. Das mache ich falsch. Ich esse ja auch Pizza. Nein. Siehst du, man lernt hier echt. Oh Gott. Nein, das sind zu viele. Ich brauche erstmal einen Energy Drink. Das kann losgehen. Das kann losgehen. Da, 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 da. Oh Gott. Das sind zu viele. Wer kennt es nicht? Die schwarzen Hunde, die... ...uns Game... ...seelisch vergewaltigen. Der eine hat sich gerade mit dem Hund verwandelt. Seid ihr tot? Ja. Uäh, noch mehr. Uäh. So. Oh, Spiel in Spiel. Oh. Ob wir gleich im Spiel noch ein Spiel starten? Nein. Oh Gott. Munition ist gleich leer. Da. Ich will sie übereilen. War es das mit dem Level? Haben wir es wirklich schon gemeistert? Jawohl. Ich habe einen Schlüssel. Wofür habe ich einen Schlüssel? Äh. So. Oh. Ich habe einen Schlüssel ergattert. Damit ich hier ausschließen kann. Wer kennt es nicht? Ich muss erst ein Spiel spielen und... Okay. Man muss erst halt ein Spiel spielen, um die frei zu erlern. Aber... Wo ist hier bitte schon Freiheit? Ist der selbe Raum? Okay. Ich bin gespannt, was diesmal auf uns wartet. Das ist eben bei ja so einer Art Call of Duty. Halt das Neueste in der Verkennung nicht. Und los geht's. Das erinnert mich an... Boah. Das ist Battlefield. Oh Gott. Erledigt. Reload. Und Energy. Geh weg. Geh weg. Hau ab. Oh. Jetzt haben die sogar rote Augen. Oh. Diese Erweiterung. Ich will gar nicht hinter mir gucken. Okay. So. Noch sind wir guter Dinge. Diese Spiele, das hässert mich einfach. Und diese hochauflösende Grafik. Hehehehe. Lieg dich nicht mit einem Master Pro an. Pro Gamer. Los. Oh. Meine Hand ist fast im Weg. Ich seh fast nicht, wie viel Muni ich hab. Stirb Zombie. Oh. Diese Qualität hier. Los. Ich brauch was mehr essen. Oh ja. Erst mal einen Burger reinpfeifen. Was soll das denn? Oh Gott. Tschüss. Ich hab gesagt, tschüss. Und tschüss. So. Und so. Was ist das Blaue da? Sag nicht, das ist... Äh. Ach, muss ich hier lang? Alles klar. Erst mal Energy. Und das Blaue hier aufgesammelt. Oh Gott. Durch den Busch. Durch den Busch. Ich muss jetzt mal raus. Wo muss ich lang? Ich weiß nicht, wo's lang geht. Oh nein. Ich glaub, ich hab mich verlaufen. Peng. Peng, peng. Und da ist es schon. Das Ziel. Könnt ich mir vorher noch einen Energy reinpfeifen? Ne, aber Bürger. Warum leuchtet es denn so stark, Alter? Ist das so... Ich will den Bürger haben. Perfekt. Erst mal reinpfeifen. Dann können wir jetzt hier in die Freiheit gehen. Oh, das ist ja nicht super. Oh. So. Nächstes Spiel gemeistert. Wir sind richtige Pro-Gamer. Wir kommen bald in die ESL. Ab in die Freiheit. Hä? Ich habe das Gefühl, das Spiel würde sagen, dass Gamer keine Freiheit haben. Sondern immer sich... Oh, geil. Pac-Man. Hm. Wie ad. Ja, und jetzt? Achso. Ah. Nice one. Diese... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Einfach... Begeistert von diesem Game. Active Algorithm. Nimmst du Unlock. Okay. Wie kann ich das machen? Wie kann ich das machen? Ja, genau so. 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 Okay. Clement. Nein, nein. Andere Richtung. Affe. Und die Steuerung ist natürlich wieder so megamäßig bombastisch. So. Nein. Oh, ganz ruhig. So. Genau. Ich muss die... Lampen irgendwie... Aber wie? Ich kann hier nichts ausmachen. Hallo? Kann ich hier vielleicht hoch? Nee. Ich kann hier auch nicht... Wo muss ich hin? Das Spiel wird kniffliger. Anscheinend. Wir müssen nur diese... Prüfung, Maisen. Damit wir weiterkommen. Gott. Hallo? Ich brauche... Aleko mio. Nein. Wir werden fast wieder sterben. Okay. Wir müssen da irgendwie hochkommen. Und... Spring doch, du Affe! Beste. Einfach Beste. So. Kann ich hier irgendwie runter? Ja. Hier bringt mir auch nichts. Ich glaube, wir werden sterben. Ich glaube, wir werden sterben. Nein. Ach man. Was soll das denn jetzt? Wir müssen die grünen Lampen mal deaktivieren. Aber wie geht das? Nein. Ich bin noch nicht bereit zu sterben. Komm schon. Komm schon. Ich habe mich hier umgekommen. Nein. Wir sind hier gestorben. Das Spiel fordert mich. Okay. Kleinen Moment. Ein letztes Mal. Ein allerletztes Mal. Kann doch nicht sein, dass wir dauernd sterben. Weil... Hallo. Wir nennen nichts. Aber wir haben momentan auch schon ein... Oh, noch mal von vorne. Ehrlich jetzt? Was muss ich denn hier machen? Ja, ja. Geht mal weg. Ich muss hier noch nicht irgendwas aufsammeln, ne? Das war nicht der Trick bei der Sache. Ich glaube, ich muss hier einfach nur mal kurz im Kreis laufen. Und alle Energies und so einsammeln. Komm schon. Oder muss ich die wirklich töten? Aber guck mal, ich habe auch ein Secret gefunden. Die kann man nicht durch. Da kann man nicht durch. Ja. Okay. Das sind mir doch ein bisschen viele. Aber so treffe ich die nächstes Mal. Siehste? Das nächste, was das Spiel mitbeibringt. Je mehr Gegner, umso mehr treffe ich auch. So. Weiter geht's. Guck. Haben wir gleich. Siehste? Erledigt. Das wäre das Level 1. So. Aber wir werden besser. Ich meine, das Spiel bringt uns was bei. Dann können wir auch gleich direkt schon abhauen hier. Weil wir brauchen ganz viel was zum Trinken. Und ab zum nächsten. Wer kennt das? Direkt weiter. So. Ähm. Wir wissen ja, wo wir hin müssen. Dementsprechend wird da erstmal hingegurpt. Gegurrt. Jetzt nicht. Jetzt nicht. Ich bin Zeit für euch. So. Einmal das aufgesammelt. Das aufgesammelt. Hab ich doch, ne? Oh. Ich muss auch noch vorne. Ich muss auch noch vorne gucken. Ich muss auch noch vorne gucken. Ehh. Lauf. Nein. Hallo. Das ist unfair. Raus hier. Raus hier. Gott, ich muss auch von vorne anfangen. Komm ich jetzt nicht raus? Nein. Nochmal. Na, ich find's super. Wenn man es so eilig hat, passiert sowas, ne? Aber wie gesagt, wir sind ja Pro-Game-Man. Das kriegen wir doch locker hin. Einmal so. Einmal so. Jetzt wird nachgeladen. Und das Energy genommen. Nein, nein, nein. Geht weg. Verpisst euch. Ihr Drecks-Tülen. Ich muss jetzt mal raus. So. Boah. Wir haben es geschafft. Und dann kommt die nächste. Die nächste Welle. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Erstmal müssen wir das essen. Ganz dringend. So. Ich hab auch das Blaue aufgesammelt, ne? Ich hab das Blaue eigentlich... ...aufgesammelt. Ein Energiedrink. Und mein Schusskünste sind die besten. Komm schon. Genau. Ist hier nichts? Komm schon. Da, jetzt haben wir es. Jetzt können wir hier noch das Plus aussammeln. Und dann mal schnell raus hier. Und dann sind wir wieder beim Dritten. So. Schnell raus. Weil ich will schnell wieder zocken. Erkennt's nicht. Arbeiten, arbeiten, arbeiten. Zeit für das nächste Let's Play. Oh, so sieht's auch aus. Hä? Das war vorhin ja anders. Hä? Das war vorhin anders. Ich komm mit Individualität nicht klar. Das Spiel ist so abwechslungsreich. Ich komm damit einfach nicht klar. Dann mal aufgesammelt. So, da hinten muss ich jetzt hin. Okay, erstmal schnapp ich mir den Burger. So, das trinken würde ich mir gleich. Ich hab das Gefühl, wir werden beobachtet. Okay. Das trinken würde ich mir jetzt. Aber wo ist das Blaue? Ich seh hier nix Blaues. Seht ihr was Blaues? Da. Oh Gott, nein. Oh, Hunde. Von Zombies. Verschwinde. Ja, genau. Nein. Nein, 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 nein. Mach Platz. Also, lass mal näher. Hallo. Auf. Was jetzt? Oh, Fluffy. Oh, ich komm so nicht voran. Oh, gehst du mir auf den Zünder. Junge. So, wo ist das? Oh, Alter. Kriegst'n Schuss im Kopf? So, ich steh. Ich habe das Gefühl, ich muss da lang. Ist das mit dir die? Nö. Nö. Tschüss, tschüss, tschüss. Bin ich hier eigentlich richtig? Diese Frage. Das magische Energie. Was ist das da hinten? Diese, diese Mystik. Das Spiel ist so geheimnisvoll. Und doch charmant. Falls jemand fragt, ich laufe schon. Und da ist das Ziel. Ey, wir haben das nächste Let's Play geschafft. Wir müssen uns bei Ihnen, weil ich meine, Upload-Pläne habe ich ja auch. Jetzt kommt schnell das nächste. Ich lerne so viel von dem Game. Schnell ins nächste Zimmer. Ab zur Freiheit. Die Freiheit heißt ein neues Game. Juhu. Weiter geht's. Ähm. Was ist das denn? Yeah. Uh, yeah. Yeah. Und dieser Beat. Nein, nein, nein. Ich will. Warte. Genau, 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 genau. Genau, genau. Perfekt. Vielleicht da rüber? Nee, gar nicht. Okay, weiter geht's. Und dieser Beat, ey. Dieser Beat, der haut rein. Ja. Alter. Geh doch. Perfekt. Weiter geht's. Und yeah. Und yeah. Mann, ey. Alter, wenn wir es nicht drauf haben, wer dann? Wer dann, hä? Das Beste, das ist qualitativ hoch. Wenn wir damit nicht in die Trends kommen, ey. Das ist... Das wäre gelacht. Springendes Gift. Jetzt komme ich mindestens in die Trends. Wow. So, einmal Energy genommen, denn. Ich finde es auch geil. Ich muss gar nicht Space im Springen drücken, weil er es automatisch macht. Nein, ich war drauf. Nein. Das ist schwieriger, als es aussieht. Genau. Perfekt. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Na, scheiße. Kommt schon. Nein. Och. Manchmal ist das Spiel echt toll. Genau. Nein. Ja. Kommt schon. Ja. Wir schaffen das. Aber easy. Kommt schon. Fünf, sechs noch. Fünf noch. Genau. Vier noch. Energy, das gefällt... Hier geht es nicht weiter. Wieder geht es nicht weiter. Kommt schon. Nein. Das schaffen wir. Das wäre gelacht. Ich werde zurück. Kommt schon. Kommt schon. Na. Das schaffen wir doch. Easy. Ja. Und rüber da. Genau. Und rüber. Genau. Eins zählt noch. Nein, wir haben eins vergessen. Zurück, 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 zurück. Den einen Bürger muss ich mir holen. Kommt schon. Schneller. Schneller. Spring, als würde dein Leben voll abhängen. Genau. 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 Nein, nicht runter. Genau. Genau. Nein. Ich habe einfach nur Panik, dass ich gleich für Durste. Ach, lecko mio. Ey, das ist ganz... Ich muss nicht weilen. Komm. Nein, nein, nein. Nein, komm. Komm. Los, 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 los. Nein, zu weit. Komm schon, komm schon, komm schon. Ach, ficken. Nein, aber gewaltig. Nein. Habe ich hier hinten noch ein Item? Nein, ne? Spring. Spring schneller. Habe ich hier noch irgendeine Energie? Komm schon. Ich brauche Energie. Einmal komplett zurück. Ich brauche Energie. Nein. Ach so. Warte, 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 warte. Ist denn Energy? Ich brauche nur Energy. Komm schon. Nein. An den Burger kam ich nicht ran. Tut mir leid. Ich habe es vergeigt. So. Naja. Also ganz ehrlich. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ich lebe immer noch. Ähm. Warte. Nein, ich bin tot. Okay. Ich sage mal so. Das Spiel. War einfach. 1A. Nochmal quitt. Und war klar, dass ich sofort hier rausliege. Aber vorsicht. Pass auf. Und zwar. diese wenigstens hat der Soundtrack mich fesseln können. Und es hat mir sehr viel beigebracht. Nämlich. Was man machen muss, um in die Trend zu kommen. Und was man machen muss, um den Qualitätsanspruch zu steigern. Warte, ich starte gerade das Game nochmal neu. Ich hoffe. Ja. Das hört ihr doch, ne? Diese Melodie. Das ist einfach. Das ist einfach. Für. Punk Game Studios. Das ist einfach für Qualität gemacht. Da ist. Da kann sich auch. ein Outlast nicht dran messen. Das ist einfach. Und diese. Wow. Ich sag mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr müsst euch das unbedingt sehr erholen. 99 Cent auf Steam. Damit ihr auch mal lernt, wie es geht. Deswegen das meine ich. Ihr müsst es ja auch noch können. Und ich sage mal, es sieht sich beim nächsten Mal. Und zwar, wenn es heißt. Na, Game of the Night, glaube ich nicht. Weil, ganz ehrlich. Das Spiel war mir doch ein bisschen zu schwer. Darum lasse ich es lieber. Aber, beim nächsten Netflix. Versprochen. Hau da rein. Nova Ende aus.